Auf der ACHEMA 2018 in Frankfurt zeigt Backoff vom 11. bis zum 15. Juni die Vorteile der PC-basierten Steuerungstechnik für die Prozessindustrie. Für lokale Prozestechnikanwendungen und Großanlagen realisiert Backoff durchgängige, offene Steuerungskonzepte barrierefrei von Zone 0 bis in die Cloud. Ermöglicht wird dies durch prozestechnikspezifische Hardware-Komponenten wie eigensichere EtherCAT-Klemmen sowie robuste Multi-Touch-Panel und Panel-PCs für den X-Bereich. Dazu kommt mit TwinCAT eine zentrale Software-Plattform mit spezifischen Protokollen und Schnittstellen für SPS, Motion Control, HMI, Cloud-Anbindung und cloudbasierte Analysefunktionen. Erleben Sie die Vorzüge einer vertikal und horizontal vernetzten Steuerung Ihrer Prozessindustrieanlage beim Technologieführer für PC-Base Control auf der ACHEMA 2018.